hallo und herzlich willkommen zurück und heute werden wir die produktion denke ich mal auf die plattform bringen so langsam und ja werden uns da wieder ein bisschen dran aufhalten und und am ende wieder bisschen bauen brauchst du jetzt noch eisenplatten 22 drin aktuell ich werde mal kurz hochgehen das kupfer rausnehmen jetzt bin ich unterwegs du willst sowieso den konstrukteur bauen oder förderband runter holen oder sogar noch reisenplatten mit dem förderband logistik oder band ach so dass es extra schon in die richtung gemacht du hast du das jetzt geschickt ist trotzdem erst mal raus eigentlich war das jetzt nicht so hoch und zu steil warum ist ein boden zu steil habe ich doch bei mir auch so gemacht auf der annahme alte kann doch nicht sein so zu teuer machen wir den draht fertig so weit es geht was soll er denn jetzt haben wir da hier ja 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 das sieht gut aus das reicht sehr schön dann brauchen wir bloß noch die eisenstangen hast du schon 500 draht jetzt gemacht ja ich bin dabei ja ach so du bist dabei brauchen noch die 100 eisenplatten die restlichen eisenstangen die 144 die 44 64 so zack habe ich noch eisenplatten habe ich keine mehr dann nehmen wir die mal raus und machen hier eisenstangen und die früche schon abgeschlossen eigentlich die was die forschung die nicht geschickt noch eine minute die schnecke ja so hat eisenstamm zack warte mal den konstrukturen oder war es der schmelzofen für den beton was war denn das braucht man da nur nur fabrik und ein minator also in einer fabrik die den kalk zu beton macht das hier oben ein bisschen habe ich hier eisenplatten sollte ich die noch mitnehmen so hier war das mit verstärkte eisenplatten natürlich muss schon mal zurück gehen ach da kann man doch sogar drei produzieren hier wird diesmal jetzt gar keine linie mehr angezeigt jetzt muss die linie hin und zack da oben ist auch noch eine schnecke hast du da oben ja die hole ich mal so wir bauen das fundament hier weiter mit dem weg ach nee wir haben gar nicht genug in der 2 er schickt die jahren hier runter guck mal was was man hier ist ein nächstes machen meilensteine manufaktur auch jetzt das brauchen wir definitiv jetzt noch nicht montage ich denke mal die wände die werden interessant sein vor allem die treppe machen wir mal das hier so da kommt wohl die rakete zurück so stimmt wir könnten den ja auswählen ja auswählen jahre noch nie reinpacken so hier ist er auch abgestorben zack zack so machen wir mal den draus wo ist er denn wo ist er denn? da ist er ja wem? werke? ja diese pissvieh hier stromhose fallen oh ist alle alle? alle? ja 200 haben wir blatt ach so du hast ja schon den verbesserten packen wir erstmal das hier noch ein der andere ist auch fast leer so 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 150 brauchen wir neiiiin fahrjahrn hier runter doch bin ich gerade doch bin ich gerade oh nein überlebt ja ja gerade so ich habe noch was gefunden ich habe auch noch was gefunden ähm was braucht man noch Eisenstangen so was haben wir jetzt ja bestätigen so die kristalle auf diesem slug können verbreitet und convertet into power shard das funktioniert mit der aktuellen technologie mehrere bäude würden über 100% produzieren ach ja nehmen wir das doch mit ach so hier Panzer bräuchern ne halt andere seite noch ein alienpanzer dann können wir noch was erforschen ja ich weiß noch wo welche sind doch was denn jetzt los ich dachte schon und action malstein erreicht produktion übertakten ui das ist ja was neues finde ich gar nicht ja kannst du mit einer schnecke machen dann müsste man das jetzt forschen am besten ach das ist ja das brauchen wir noch nicht das brauchen wir noch nicht warte was haben wir sonst noch mal angebot Teilmontage Manufaktur die wege irgendwann dann machen wir erst mal kann man denn jetzt hier noch her äh mellstein hindernisbeseitigung hoffen die hier die 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 andere gibt zwei Energiefragmente und die andere gibt drei Energiefragmente. Ich würde sagen... ...Reimung-Täusche oder... ...ja... ...Nicht Schnee, Kettensäge, ach... Da wir immer noch mit Brennstoff zu tun haben, müsste man Kettensäge nehmen. Ja, gut, dann lass das machen. Dann gib mir Holz, die Bäume da umzufüllen, ne? Ja. Gut, machen wir erstmal das. Hast du es abgeändert? Nee. Nee. Zack, jetzt. Ui. Mach mal aber schon. 50 Kabel. Unversteckte, äh... ...Eisenplatten. Zehn Stück. ...Eisenplatten brauchen wir. Ähm, Eisenplatten brauchen wir. So, da hat man das schon mal. So, da hat man das schon mal. Hier hinten gucken. Die Produktion steht bestimmt schon, ja. ... 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 intelligent von mir ich hab das nie verbunden da kann ja auch nicht produziert werden erstmal hier in den anderen hier drüben soll ach wir brauchen wir brauchen zu viel strom um biomasse entstellen oder stellen ein wir stellen das hier ab hier wir kommen jetzt ein splitter schau mal das mal aus ja warte mal sparen wir ihn weil wir müssen ja sowieso früher oder später nehmen wir mal die hier mit hier die nicht ist zu teuer oh Oh, Hilderruf. Was kommen wir denn dazu? Jetzt? Äh? Ganz keine weitere Leitung. Hier sieht man dann immer eine. Hä, müssen wir speilern? Jetzt? So. Jetzt soll's theoretisch laufen. Wollt's ihn jetzt? Oh, der braucht jetzt hier... ...dreißig pro Minute und stellt er jetzt her. Ja, ne, haltig. Schwach. Schwach? Ne, 30 Minuten ist ein bisschen schwach. ... ... ... ... ... ... ... du kannst hier nichts hinbauen kannst du hier was hinbauen ach sch... hä? ne so nicht ach aber... ach so, ich kann ja sowieso nichts, ich habe keinen Beton das ist schon mal komisch wird er aber blau angezeigt hä? du kannst zu ja und hier dazwischen, kriegst du das hin? das Loch hier? hier? ist da gar kein Loch ja, bei mir ist hier ein Loch, ok so lustig warte mal kann ich... kannst du das abbauen mal? zufälligerweise? das hier? guck mal jetzt... warte mal jetzt jetzt habe ich kurzzeitig gesehen siehst du es? ja gut ja ne, dann sehen wir das jetzt beide gut, halten wir den Fehler noch behoben und beenden wir erstmal die Folge und ja haben wir noch nie geschafft hier die Produktionslinien auf die Plattform zu bauen aber vielleicht wird es in der nächsten Folge bis dahin tschau tschau GA ja die